Immobilie verkaufen ganz allein. Geht das überhaupt? Und was muss ich dafür tun? Die richtigen Unterlagen zusammenstellen, Grundbuchauszug, der Preis. Aber welcher Preis? Sachwert, Vergleichswert, Fotos, die den richtigen Käufer ansprechen, Energieausweis, Bedarfs- oder Verbrauchsausweis, rechtssicher Exposé und Vertrag erstellen, tausende Mails und Anfragen beantworten, die Besichtigungen koordinieren, Preisverhandlungen führen. Klar, kann man alles selber machen. Oder einen Profimarkter beauftragen, wie wir es immer wieder tun würden.